Was ist denn mit dir passiert? Bei Regen zu schnell um die Kurve. Toll, ne? Mach dir keine Sorgen um dich. Du bist hier an der richtigen Adresse, wenn es ums Zusammenflicken geht. Da hast du recht. Wenn du siehst, wie ich den Laden hier heute verlasse, willst du nie mehr woanders hin.